Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Nicht Relikte. So, mal ganz kurz Audio ein bisschen anpassen. So. Ähm, Helligkeit sollte passen. Machen wir ein neues Spiel. Oktober... So. 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 machen wir mal die Teststrecke. So. 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 What is this? is this? it comes a lot of the numbers, then the air is towered and update it. I am in testicles and use that wonderfully to you. I absolutely love you, darling. Oh. Okay. Na ja, das mit dem Laufen hatten wir schon. Oder habe ich schon irgendwie rausgefunden? Tja, wie gesagt, Rätselspiel heißt... Wir werden wieder ein paar Rätsel machen müssen. Oder besser gesagt lösen. Ähm. Da komme ich so nicht durch. Allerdings war der Kern markiert. Was passiert wenn ich... Ja, okay. Moment. Muss ich... So machen. Das So... Ähm. Moment. Den kann ich wieder teleportieren. Und... Nicht hängen bleiben. So. So. Man merkt schon, Rätsel werden ein bisschen schwieriger. Aber immer noch viel zu leicht. Muss ich immer noch sagen... Der Wittnis hat es glaube ich... Ein paar schwierige Rätsel. Äh, okay. Ich muss... Den hier erstmal als... ...teleport markieren. Ja, okay. Ich sehe schon. Einmal so. Einmal so. Einmal so markieren. Dann... Dann beide hierhin teleportieren. Und... Weiter... Es... Wie gesagt... fühlt sich relativ... ...schön sogar. Und... Krise sind auch nicht allzu schwierig. Jetzt... Zumindest noch. Dr. Patel. Du hast eine Income in Kong von deiner Daughter. Kira! Ich hoffe es ist gute Nachrichten. Ich bekomme es in meinem Raum, Sis. Sag Kira mir 10 Minuten. Fertig Zeit. Sie sind nicht die Zahl für die Introe? Sie wären zu lassen. Ich wünsche. Habt ihr wirklich Angst, die Encryptionen müssen? Sie müssen alles UHA-�regionauf. Sie können sich nicht nur in der Zeit? Sie können so schwer einfach nur ein paar Minuten von Personal-Defektion. Ja, das ist nichts Dad kann so aus der UHA-Dead sein? Right? Ja, no, I try to keep my begging to a minimum. Getting the Expedition green, it was already hard enough. With all that politicking and talk of the devil. Incoming communication. United Habitats Authority. From the office of Arch-Commissioner Ragnar Nguyen. Can't take it now, Systems. The UHA protocol establishes priority for... Override. Send a 404 error. Sneaky, Mom. I hope you're not taking after me, Kira. Who, me? No, ma'am. I'm a respectable woman. Oh, by the way, my research tutor says I might be done by next year. That's amazing, Kira. It's pretty cool, right? That means if I power through the rest of the PhD, I might be down there with you in just under two years. Really, Kira? I mean, I'd love to work with you here at Chandra. But, I mean, is this really what you want? I thought you wanted to go to Earth for a while. That shitty planet's not going anywhere, right? And things can't get any worse down there. Meanwhile, my fucking mom is revolutionizing physics on the fucking moon! Language. It's just not fair. You just don't want to share the glory, you hogging orby boomers. All right. So, I guess I should talk to your father and see if he can... Excuse me, Dr. Patel. There's an incoming... I told you, sis. Send him an... Don't you fucking photo for me, Angie! I'm not your bloody ex! Respectfully, Dr. Alami, I'm in the middle of... Yes! Sorry to butt in, but this is still a scientific expedition. I'm taking the RKO team out to the field and the generators are throwing a tantrum. Again! So, if you don't want to spend all day waiting for the maglevs, I suggest you haul ass to wherever you're going to right fucking now! Respectfully, Dr. Patel. Fine. I'm sorry, Kira. I gotta... It's okay, Mom. I have stuff to do anyway. Go science the hell out of Luna! Okay. Love you. Bye! All right. Let's kick it off, systems. I want to be done by the time Kira arrives. How's the schedule? The ship is on approach vector. ETA under 3 hours. Additional item. Engineering has just submitted the new EM interface prototype. Ah, new gloves then. Please proceed to decontamination first, Dr. Patel. Yeah, biosafety procedures. I know the drill. The drill. You can also see that it's apparently in different time lines. Or just, I think that what we saw at the beginning is actually the end. Mal wieder. Allerdings ist das ja okay. Stört er nicht. Wo ist denn eigentlich hin? Geht drohen, fände ich immer noch nicht ganz. Geht drohen, fände ich die ganze Team. Wo ist die ganze Team? Wo ist alle heute? Dr. Alami's Team is currently aboard Maglev C, Heading to Shoemaker Crater. Dr. Chorizmi is finishing a round of geological analysis In the northwest rim of Faustini Crater. Dr. Nelson is investigating a malfunction In the Antenna Array 72. Busy day. Please proceed to TAC, to retrieve your new interface. Oh, very fancy. Run me through the updates, sis. Enhanced responsiveness to tactile commands by 32%. Improved gravitational suspension by 71%. Sensor fashion decreased by 100%. Okay, whose joke was that? Last changelog, Dr. Alami. Yeah, I feel you, sis. Beg your pardon? No, not you, sis. I mean sis, as in... Oh, never mind. Please proceed to the testing area. Right. We have some unfinished business at De Galache. Okay. Mmh, is scheinbar a family-unternehmen ... Jetzt auch noch die Tochter hier auf den Mond kommt Und die Schwester hier ist und der Mann eigentlich irgendwie noch ein höheres Tier oder so Naja auch geil Ähm, muss ich hier hin Ähm, wirkt auf jeden Fall wie ein Treibhaus Nur etwas spezieller Hm Hm Ich glaube wir sollten hier nicht hin Es ist interessant zu sehen, dass Das quasi eine Mondreise ist Dokumente Okay, der wöchentliche Zeitplan Äh, das werde ich jetzt glaube ich nicht alles vorlesen Gravitationshandschuhe Müssen wir jetzt immer noch geheim halten Okay Hey Es ist hier das sehr viel Text Wie gesagt, ich glaube ich werde es nicht alles vorlesen Hm Ich die A-Data Hätte ich da noch was aufsammeln können, vielleicht Nichts Ich da jetzt gerade was gefunden habe Hm 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 Nee, sieht nicht so aus Okay War scheinbar noch Dass man in verschiedene Räume rein kann, theoretisch Und das nächste Lift Okay Okay, wir sind schon mal wieder draußen Um Um Oh, sehr colorful Systems, wass up with those fancy colors in my test cubes? Dr. Charizmi requested that magnetic polarities be color coded in all gravitonic devices To simplify interfacing with them Quote Same color repels Different color attracts Okay Hatten wir Gerade schon gesehen Hm 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 Negativmagnetismus Positivmagnetismus Positivmagnetismus Es ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik Wie sagt man schon wie Das dann noch Es sind Nicht genügend Würfel hier Ähm Hm 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 Das ist Gerade Moment Wie soll ich da dann weiterkommen? Okay, hier kann ich durch Aber da kann ich dann nicht durch mit den Würfel Ähm Es sind nicht genügend Würfel Und wir können keine teleportieren Wie gesagt, die Rätsel am Anfang waren ja noch einfach, jetzt werden sie schwieriger Ich kann auch keinen Würfel von hier hinten holen Hm Hm Nicht wirklich Ähm Habe ich doch noch irgendwo einen Würfel Hm Ne, das sieht nicht so aus. Das ist wahrscheinlich wieder so ein leichtes Rätsel. Nun verstehe ich es gerade nicht. Das funktioniert nicht. Und hier durch kann ich dir nicht manipulieren. Ah, okay. Das ergibt mehr Sinn. Ein bisschen mit mehr Logik rangehen. Ja, aber... Ich bin bereit zu testen, Gravitonik Manipulation, Dr. Patel. Du weißt, jedes Mal, wenn wir das tun, fühlt es wie Magik. Einfach diese Dinge an den Kuh und flach. Gravitie ist verabschiedet. Du weißt, dass ich mich nicht verabschiede. Okay... Allerdings... Bevor wir hier jetzt weitermachen, werde ich den Pass in dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich für's Zusehen. Lasst mir jetzt schon da, was euch gefallen hat. Wenn ihr nicht zu Hause wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder bei Elektra. Ciao.